Willkommen zurück zu The Long Dark. Wir haben die Aufgabe, uns hier um diese Verletzten zu kümmern, die offenbar aus dem Absturz einer Passagiermaschine hier angekommen sind. Und ja, wir werden das mal machen und schauen mal, ob wir ihnen helfen können, den Leuten hier. Wir haben hier die Chloe, 73%. Sie hat eine Unterkühlung, es ist keine Behandlung erforderlich. Okay. Der Dimitri, 37%. Was hat der? Oh, der hat Diabetes. Er braucht Insulin. Oh, joioi. Wo sollen wir denn das herbekommen? Der Eric. Hm, ich will sehen, ob ich helfen kann. Risiko für Flüssigkeitsmangel. Okay, das ist, äh... Oh, wir können das direkt auch gleich behandeln, weil wir Wasser dabei haben. Ah, okay. Bennett. Wahrscheinlich Fieber. Oh, Concussion. Ist das nicht irgendwie Schädel, äh, Trauma oder so? Keine Behandlung erforderlich. Franklin, was ist mit dir los? Er hat auch einen Schädelbasisbruch. Nee, keine Ahnung. Nicht Schädelbasisbruch. Hier geht's ganz gut, offenbar. Und der Winston... Hm, ich will sehen, ob ich mir helfen kann. Hat auch eine Unterkühlung. Okay. Das heißt, wir haben alle so weit durch. Hier vorne ist nichts mehr. Der einzig schwierige Fall ist hier wirklich... ...der Diabetes-Patient. Alle anderen werden von selbst wieder einigermaßen fit. Oh, okay. Oh ja, ich hab sie gesehen. Ich glaube, ich kann finden, was diese Survivors brauchen. Aber es gibt ein Diabetic in der Gruppe. Sie werden in der Schule brauchen. Und bald wird es sein. Do you know, wo ich ein bisschen finden kann? Das ist schlecht. Nein, ich nicht. Der Diabetes-Patienten hat eine Diabetes-1-Diabetes. Das bedeutet, dass ihr Körper nicht mehr produziert. Wenn sie nicht verstehen, sie dann in der Schocken... ... und wahrscheinlich sterben. Dann müssen wir ein paar finden. Und bald, bevor die Blizzards-1-Diabetes-2-Diabetes-2-Diabetes wird, ... zu zu starken, dass wir nicht mehr rauskommen können. Ich muss mit den Survivoren, die sie mit ihnen ministerieren. Aber Sie können... Sie können nachdenken, für die Medizin, die sie brauchen. Ich werde. Einige Suggestionen, die Sie haben, wäre sehr gut. Die meisten der Städte-1-Diabetes werden nicht mehr verletzt. Aber Sie können finden, die minoren Verkaufnahmen, die Sie brauchen, um die Survivoren zu behandeln. Die Diabetes kam aus dem Flugzeug, ein Tag, vielleicht zwei Tage, vor. Also, die beste Chance, ihre Insulin zu finden, wird wahrscheinlich, ihre Lacken zu finden. Auf der Flugzeiten. Wie will ich wissen, welches Lacken zu sein ist? Du musst alles suchen, was du findest. Und hoffe, es ist das beste. Okay. Du bleibst einen Augenblick auf alle, und ich werde zurück, so schnell wie ich kann. Vielen Dank für deine Hilfe. Eine weitere Sache. Ja? Viele dieser Survivoren sind in schlechtem Formen. Von der Crash, das ist wahr. Aber ich habe schon gesehen, diese Art von Ihnen gesehen. Die Menschen brauchen Hoffnung, um zu überleben. Und wenn sie keine Hoffnung haben, sie brauchen eine Verkaufnahme. Die Menschen hier, viele von ihnen nicht alleine zu gehen. Sie sind schuldig. 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 Warum haben sie überleben, wenn andere nicht? Sie können sie helfen, wenn sie nicht. Sie können sie helfen, zu finden, ein paar Bezüge. Das ist nicht eine Sprechung. Ich habe schon gesehen, dass ich die Todesfache gesehen habe. Ja, Sie sind ein Doktor, also Sie verstehen die Fragilität der Menschen. Die Fragilität der Menschen spiriten ist eher mein Domain. Für die Menschen, die verloren haben, wenn Sie sie eine Verkaufnahme geben können, wenn Sie sie eine Verkaufnahme geben können, das hilft, das zu starten der Heilung. Ja. Es ist gut bekannt, dass die Mind- und Körper sind inextricably linked. Wenn Sie eine Artifache finden, eine Information, das würde helfen, zu identifizieren diejenigen, die nicht überleben, die Verkaufnahme haben, das Information, könnte es eine Salve für diese poor, Broken-Souls sein. Dann, vielleicht, sie haben eine Chance, zu face tomorrow. Ich mache was, zu finden, IDs, Dokumente, etwas, zu helfen, die Menschen, die nicht zu machen. In turn, take this, meine Kindheit. Oh, um, ich bin nicht religiös. Bitte, es bleibt. Es ist nicht für Sie. Bitte, ich mich. Ich verstehe. Ich verstehe. Ich verstehe, bis ich zu diesen Geistigen, zu diesen Geistigen, selbst. Dass Sie, diese Rosary, während Sie die Verkaufnahme, die Verkaufnahme, es würde, einen alten Priester, geben. Es wird das, die nahe Sache, zu meinem Geistigen, um ihnen zu betrachten. Ich meine, kein Respekt, Vater, aber, glaubst du wirklich, dass das helfen wird? Vielleicht, im Endeffekt, ist die Hoffnung, was wir haben. Ach, ich mag ihn. Ich mag den. Jetzt stand gerade eben, ganz kurz dort, Pater Thomas stand dort. Ich bin mir aber nicht sicher, ob er mir jetzt, zum Beispiel, seinen Namen gesagt hat. Genauso wie bei der Molly. Ich habe vorhin noch mal, das aufgenommene Video mir angeschaut, als wir ihn kennengelernt haben, und habe dann mal durchgeskippt, und ich habe nichts mitbekommen, dass er sich vorgestellt hätte. Aber okay. Dann wissen wir jetzt schon mal, dass er Pater Thomas heißt. Und wir schauen mal, ob wir jetzt hier, wir können mal nicht raus, Vorratsschrank geht auch noch nicht. Er hat was vom Keller gesagt. Aber in den... Wer klingelt denn jetzt schon wieder? Woher weiß die denn, wo wir sind? So far, ja. Ja, ja, well... ... ... ... ... Oh, hat sie uns vielleicht ein Gewehr reingelegt? Ich nehme lieber doch mal die Gewehrpattonen mit. die wiegen jetzt nicht so viel, aber ne, dann nehmen wir die lieber mit wir schauen mal auf die Karte wo wir hin müssen, hier ist Mollys Geschenk hinter dem Häuschen wo die Absturzstelle ist ganz hier oben, oh, das ist ein weiter Weg, vor allem wir müssen hier hoch hier rüber das ist ein weiter beschwerlicher Weg da werden wir natürlich dann unseren Rucksack mitnehmen, beziehungsweise unseren Schlafsack ich würde aber ganz gern erstmal hier unten alles ein bisschen untersuchen vielleicht, dass wir auch die zwei Punkte hier noch untersuchen, hätte ich eigentlich schon Lust darauf und uns erstmal so ein kleines Vorratslager anlegen damit wir später dann einigermaßen in Ruhe hier hochlaufen können, vor allem, damit wir auch gut geschützt sind, wettermäßig und vielleicht dann schon ein paar mehr Klamotten haben so, er hat vorhin was gesagt von einem Keller hier ist leider kein Keller aber wir schauen jetzt mal nach draußen da ist ja auch ein Feuer und wir schauen mal was uns im Wolli NEIN Timberwolf Rudel verfügen über Moral die du an der Anzeige ablesen kannst schießt du auf sie oder wirf Dinge nach ihnen um ihre Moral zu senken Rudel mit gebrochener Moral fliehen können sich aber erholen und wiederkehren was der hell das ist aber auch neu da gehe ich jetzt nicht raus da kann ich ja nicht rausgehen jetzt kann ich hinten raus ich komme hier nicht raus ich frage mal den Thomas ob er mich dich doch hinten raus lässt nein Thomas ist im Gebet vertieft das heißt wir müssen jetzt doch raus wo habe ich denn ich habe meine Pistole nicht dabei kann das sein doch ich kann meine Pistole hier leider nicht ausrüsten hier drin oh boy ihr wisst was jetzt kommt so als erstes nicht nachladen ich hätte fast wieder auf nachladen geklickt als erstes schauen wir uns Mollys Geschenk an da läuft wieder einer hat sie nicht gesagt im Auto auf der Rückseite im ah da vorne ist ein Auto das ist alles jetzt viel größer und viel anders viel anders wie es ursprünglich war Seenotfackeln sind besonders hell und laut und können sogar einen Timberwolf fernhalten 2,3,4,5 oh ganz viele vielen Dank Molli ich habe mich auch über ein Gewehr gefreut just saying so erstmal nachladen hier drin in Sicherheit und dann werden wir mal wie halt immer in der Long Dark werden wir die Häuser ein bisschen durchsuchen wir werden uns die Fackeln so weit es geht erstmal sparen und jetzt von Haus zu Haus laufen um entsprechend dann später oh das ist gut um später dann die Fackeln im Notfall nutzen zu können aber ich bin jetzt wieder wohliger Dinge ah schöne Fäustlinge weil wir jetzt so einen kleinen Anlaufpunkt haben wo es auf alle Fälle warm ist wo wir uns niederlassen können Geschichte des idyllischen Tals Teil 1 das idyllische Tal ist eine raue und abgelegene Gegend selbst für großer Bär diese Eigenschaften haben die Geschichte und Natur ihrer Bewohner maßgeblich beeinflusst aufgrund seiner geografischen Gegebenheiten mit weiten Feldern umringt von rauen Gebirgsrücken herrschen hier ungewöhnliche harsche Witterungsverhältnisse Bewohner berichten von mehrtägigen Stürmen starken Winden und einer tiefen endlosen Kälte in den Wintermonaten dennoch haben diese Bedingungen die Inselbewohner nicht davon abgehalten sich hier niederzulassen tatsächlich betrachten einige die wilden und verlassenen Hügel als idealen Ort für eine Siedlung oh da steht noch was drin Wasser ist hier noch drin wieso ich weiß nicht ob das richtig ist mit dem Hinknien und Aufstehen das ging schon mal schneller ich nehme die Bücher mal mit die können wir eventuell dann verbrennen Fäustlinge können wir gleich mal anziehen und ersetzen Astrid's Handschuhe sehr schön Baumwollschal yes gib mir alles gib mir alles wunderbar ich sehe schon da muss ich ja gleich wieder zurücklaufen jetzt hier 25 Kilo schon Diözesenbericht ein Brief der Pater Thomas über den neuesten Ermittlungsstand bezüglich des gestohlenen Kirchenartefakts informiert von Diözese Nordküste an Pater Thomas Gemeinde Thomsons Wegkreuz ein Bruch und fehlendes Eigentum wir waren alle bestürzt von diesem kürzlichen Diebstahl zu erfahren ich habe mit einem Polizisten hier gesprochen und bei einem ersten Anruf ging es um einen alten Bauernhof in der Nähe eines Ortes namens Gietersabhang kennen sie diesen Ort hat er sie nicht kontaktiert er hatte mir versprochen dass er den Fall weiter untersuchen würde aber dazu müsste er nach Großer B reisen und sie wissen ja selbst dass diese Tage schwierig ist bitte halten sie uns auf den laufenden Bischof Stevens ich gehe davon aus dass wir jetzt wieder einen neuen Punkt bekommen haben hier oben sehr gut das hier ist einfach nur hier für die Kerzen ok und ein Kirchenflugblatt hängt hier noch eine Bitte um Hinweise zum fehlenden Kirchenartefakt gut ah ich bin wieder voll drin ich freue mich dass ich wieder hier in The Long Dark zurück bin außer natürlich wenn wir gleich von einem Wolf angegriffen werden da unten sind auch noch Häuser oder ein Haus das ist allerdings verschlossen aktuell wir gehen trotzdem mal runter und prüfen die Lage ich habe echt das Gefühl ich habe ein bisschen zu hell eingestellt weil es weil der Schnee so dermaßen reflektiert momentan aber ich würde das gerne jetzt so lassen weil ihr es sonst im Dunkeln nicht seht im Dunkeln ist dann für euch so schlecht zu erkennen deswegen lassen wir das jetzt erstmal so so das Auto ja haben wir schon geprüft da drüben sind auch noch Häuser dann da ist eine Tonne zum Aufwärmen wir nehmen mal ein bisschen Holz mit ihr wisst ja eh wie das dann letztendlich wieder abläuft bei The Long Dark irgendwann hast du alles so dermaßen voll geplastert ist hier noch was drin ne in deiner Hütte dass du so viel Zeug angesammelt hast aber jetzt gerade jetzt ne was haben wir denn wieso haben wir denn jetzt was war das denn Verstauchungsrisiko ah weil hier wieder der Abhang ist deswegen wir gehen nochmal zurück ins Zentrum ich hoffe die Wölfe sind nicht da und lagern unser Zeug ein wir werden jetzt hier ein bisschen hin und her laufen zwischen diesen Häusern und unserem Gemeindezentrum aber ich will erst mal alles schön abgrasen so ich würde mal sagen wir hauen mal die Hölzer hierher und die Kohle auch hierher schön vor das Klo liegen damit die da alle drübersteigen müssen dann das Papier die Bücher ablegen dann haben wir hier einen Erste-Hilfe-Kasten oh Entschuldigung da bin ich dir mal eben auf den Kopf getreten na gut den Rest lagern wir hier ein die Handschuhe kommen weg wir könnten ein bisschen was zu trinken ablegen ich würde das ganz gern ehrlich gesagt wieder irgendwo abstellen aber aktuell finden wir hier ein bisschen die die Ablageplätze ich habe ja meine Sachen immer ganz gern so schön aufgeschichtet aber irgendwo sehe ich momentan noch nicht wirklich wir könnten es hier vorne herrichten dass wir hier unser Essen hinstellen na gut wir nutzen mal die Kiste jetzt hier wenn wir die schon haben wir hauen einfach hier mal alles rein vor allem weil die so viel aufnehmen kann aktuell ich hoffe dass das Zeug dann auch hier drin bleibt und nicht irgendwann mal verschwindet Schokoriegel dann Schokoriegel können das Zeug ja dann gleich mal essen ich würde auch hier beim Trinkwasser mal zwei Liter ablegen mal zwei mal drei Liter ablegen ablegen und ansonsten haben wir ein Beil mit dabei die Gewehrmunition kommt auch wieder zurück das Nähzeug auch die Fackeln da nehme ich mal zwei mit von jeder Sorte das war sie sind wieder bei 16 Kilo jetzt wie sieht es denn essensmäßig aus also theoretisch ja gut wir müssen was essen normalerweise würde ich ja immer warten mit dem Essen bis wir dann letztendlich abends schlafen aber aktuell müssen wir uns ein bisschen was hier genehmigen weil unsere Lebensleiste auch etwas reduziert ist man sieht es ja unter der Hälfte jetzt schon das heißt wir müssen erst wieder mit vollem Magen dann schön schlafen damit wir uns wieder ein bisschen akklimatisieren hier ist nichts es ist minus 20 Grad kalt können wir uns eigentlich hier jetzt aufwärmen geht das ja ganz leicht können wir uns hier aufwärmen wahrscheinlich schon alles geplündert vom Pfarrer der ganze Bereich hier die Wölfer sind jetzt komischerweise nicht mehr wiedergekommen geschmacklose Heringsmaräne nehmen wir mit die ist gegart fantastisch da sind wir mal Streichhölzer ein Kochtopf ich nehme den mit auch wenn wir schon einen haben eventuell vergesse ich irgendwo mal einen und dann bin ich froh wenn ich nochmal einen Ersatz habe außerdem können wir ja vielleicht dann am Feuer mit zwei Töpfen schön kochen und können uns zum Beispiel so dann relativ schnell Wasser machen so also Essen ist auch schon mal ganz gut gesichert aktuell die hier hat 84% das ist auch noch fantastisch hier liegt ein bisschen Zeug herum ich weiß jetzt gar nicht wir haben ja wir müssen gar nicht kartografieren fällt mir da gerade auf also die Karte ist uns komplett bekannt oh Parker den wir auch sofort angezogen haben habe ich meine Lampe noch mit dabei würde gerne die Lampe verwenden damit ich hier auch was erkennen kann und nichts über sie zum Beispiel diese schmucken Lederschuhe die wir garantiert zerlegen werden oh Pullover sehr schön auch wenn er dünn ist Socken jetzt geht's los jetzt können wir uns schön hier einrichten Cargohose fantastisch also hier unten ist nichts mehr so hier gibt's endlich wieder Klowasser fantastisch wie hab ich dich vermisst sehr gut da liegen noch Socken okay also ich gehe davon aus dass wir hier dass wir hier relativ viel Zeug finden werden auf dem normalen Schwierigkeitsgrad so 25 Kilo leider kein erste Hilfe Set wenn mich noch richtig erinnere dann war der reguläre Schwierigkeitsgrad in Episode 1 und 2 war das relativ easy also du hast relativ viel Zeug gefunden was ist das hier oh shit da war ein Wolf bis ich hier auf die blauen Dinger wechsel bin ich schon zusammen gegessen wurden eine Kiste das war auch war der lokale Markt hier Gewehrpatrone haben wir hier irgendwo noch ein Häuschen wo wir notfalls schnell reinlaufen können boah wie ich die Zeit einfach wieder mal vergessen wir sind schon wieder am Ende der Folge in der nächsten Folge geht es weiter dann wird hier wieder ein bisschen weiter erkundet macht es gut und bis dann dann schauen wir uns auch den Vorratsbehälter hier an da ist bestimmt ganz viel Zeug drin und bis dann